was geht ab leute es ist freitag okay noch ist nicht weiter aber wenn ihr das video hier seht dann ist es freitag ich hatte eigentlich nicht vor noch ein video zu drehen für freitag wollte noch ein paar sachen packen und so aber dann haben wir doch auch hier ein paket bekommen von rootbox schau an rootbox dank für die box mehr dazu unten in der beschreibung sogar mit einem rabattcode glaube ich bei rootbox haben wir einen rabattcode am start die richtige influenza check das ab jeden monat eine box zu dem bestimmten thema alles rund um gaming nerd und geekstyle und was weiß ich so jetzt habe ich schlecht vorbereitet ich dachte ich hätte sie auch gemacht aber hier jetzt habe ich sie auch gemacht nebenbei lasse ich noch ein zwei rates laufen die ich gemacht habe und ja machen wir die auf die box und dann gehen wir noch über nebenbei über ein paar sachen zwecks dortmund heute wenn sie auch macht sieht es einfach so aus die box gute verpackung so was das ist die anleitung die brauchen wir nicht weil wir lassen uns immer überraschen weiter bänder großer futurama fan futurama und simpsons und south park und bender bester charakter es gibt vier figuren pop ist es animation figuren sammelfiguren frei lila bänder und der teufel also der roboter teufel und bänder alter richtiger ich habe alles zu doch und bereits erwähnt in meinem letzten video check das noch mal da gibt es auch einen link zur telegram gruppe da werden die top 20 gepostet da gab es auch eine talkgruppe falls ihr euch da mit paar leuten austauschen wollt aus dortmund und dann haben wir hier noch eine star wars tasse aber wir haben schon ein paar tassen bekommen jetzt keinen so gewaltiger star wars werden die menschen ist meine begeisterung in grenzen hält sie sich in grenzen vor allem haben wir einfach schon die ganze tasse bekommen überhaupt attack on titan so habe ich hier ein spielkarten set aber von was sagt mir leider nichts wird herner aber warte hier back to the future okay aber wie gesagt sagt mir nichts das einzige was ich sagen kann ist ich habe mal poker gespielt online halbprofessionell und oft mit den jungs aus junio früher haben wir eine kleine pokémon am start aber das war es auch schon ein pin wie immer irgendein raumschiff ja irgendein raumschiff und natürlich so wie immer ein shirt oh halo ein halo shirt okay war nie ein großer halo zocker aber kennt man natürlich halo bootbox exklusiv okay coole sache vor allem die bänderfigur die jetzt mir angetan und das war's auch schon da kann box für diese geile box wie gesagt check die ab mehr dazu und in der beschreibung und was gibt es noch zu sagen sex dortmund eigentlich nichts folge auf instagram und facebook und twitter da poste ich alles stories und fotos und was ich gerade mache ich habe jetzt für das wochenende paar videos vorbereitet eine neue reihe da werde ich auch paar alte videos recken habe ich jetzt für samstag sonntag montag dienstag mal vorbereitet weil samstag sonntag wenn ich eh weg montag komme ich jetzt zurück und dann den ganzen tag arbeit und am abend könnte ich erst ein video vorbereiten also für montag auf jeden fall auch noch und dann kommt drauf an wie ko ich bin ob ich montag abend noch ein video vorbereiten kann wenn nicht dann kommt halt noch eine folge für dienstag aber ja das sind so die pläne man sieht sich in dortmund wenn nicht bleibt zuhause folgt mir auf instagram freut euch auf die videos und habt trotzdem euren spaß aber das war's von mir immer leiten subscriben kommentieren check die an mich so folgt auf instagram facebook twitter check den shop und vergesst nicht pokémon ist sie ist business